Seit acht Jahren steht die Bundeswehr in Afghanistan. In dieser Zeit ist sie immer weiter in den Sumpf des Krieges abgerutscht. Tornado-Jagdflugzeuge, Kampfeinheiten für die schnelle Eingreiftruppe, immer mehr Soldaten, neuerdings AWACS-Flugzeuge, die den amerikanischen Bomberverbänden zu freiem Flug ins Zielgebiet verhelfen. Die Probleme Afghanistans wurden damit nicht gelöst. Erste Erfolge des Wiederaufbaus sind längst neuen Kämpfen zum Opfer gefallen. Die Gefechte und Bombenangriffe schüren Hass und Angst. Die Sicherheitslage für die Bevölkerung wie für die Bundeswehr verschlechtert sich täglich. Statt vom falschen Mittel einfach immer mehr einzusetzen, muss die Bundesregierung ihre Afghanistan-Strategie grundlegend ändern. Statt Bomben und Soldaten braucht Afghanistan einen nationalen Versöhnungsprozess und wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundeswehr als Kriegspartei kann dazu nichts beitragen. Die Bevölkerung in Deutschland hat das erkannt und spricht sich mit überwältigender Mehrheit für den Abzug der Bundeswehr aus. Im Bundestag tut das bisher nur die Linke. Deshalb wird es bei der Wahl auch darum gehen, Eine Stimme für die Linke ist eine Stimme für den Frieden. Stimme für die Linke ist eine Stimme für die Linke.